Ich sehe es schon fast. 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 Da muss ich aber Sachen mitnehmen. Hier zwischen können wir auch versuchen. Wir haben nur mit Außenatmen drückt versucht, aber wir haben nicht in den Kegeln gefunden. Gute auf! Lass ihn! Mal der Käpt'n! Der erste Drittel ist vorbei. Es stehen nur noch zwei Drittel da. Ich hab den getan, damit die Fische sehen. Das ist der Käpt'n unseres Teams. Mal hallo in die Kamera. Das sind die anderen zwei Mitglieder, die heute sehr fleißig fahren und immer noch sind. Das ist wohl ein schöner Zander gefangen. Berti? Ja? Zehn Minuten nachher dein letzter Zander. Ja. Was war das für ein Gefühl? Super Ding! Super Zander! Super Zander! Waldemar? In deinen ersten zehn Minuten oder zwanzig hast du deine ersten Großen geholt? Nee, ich hab nicht die erste Große. Ich hab überhaupt die erste Holter geholt. Ich hab das gezeigt, wie das läuft. Aufregung war cool natürlich. Und die alte Masse, das dürfte nicht versagen. Ich geb' ich nie will. Ähnlich mal, Käpt'n! Ach, so geschlagen! Ja! 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 Gut so Fisch! Ja, komm! Nee, so ein Brett! Ja, mach her schon! Der Käpt'n rettet seine Ehrung! Aus dem Zweiter! Ja! Jetzt sind sie alle entstand. Jetzt aber! Ja! Läuft! Ganz perfekt! Nee! Deine ist größer als mein Bosch! Oder? Zweiter Karte! Zweiter Karte! Ja! Es ist kurz vor halb zehn. Die Männer wechseln die Nachtköder. Ja! Wenn ich dir jetzt sagen würde, oder wenn ich das jetzt sage, ich danke dir für den 32er Barsch. Den hab ich genau auf den Köder gefangen, den du mir heute Morgen gegeben hast. Perfekt! Danke dir! Barsch! Barsch! Naja, entschuldige Meister! Wollen wir jetzt nicht rein hier? Die Sachen? Ja, ich schau mal. Die Sachen? Die Sachen? Ja! Die Sachen? Was ist das schon ein Kotrol? Dann können wir die Zwillige einsetzen. Die Zwillige einsetzen. Sie sehen so aus. Könnt ihr hier nächstes mal mitbringen. Schiebt das auf. Und Sack ist ja fest fixiert mit einem Zähler. Der Kameramann hat einen neuen Blinker bekommen bzw. Gummifisch. Das ist der Boxer-Head. Ein fester Kopf, den man auswechseln kann mit einem Zwilling und separatem anderen Haken. Einen speziellen Haken kann man ihn versetzen. Wie ihr seht, ist da ein schöner fester Kopf. Das ist der Boxer-Head. Er wird entwickelt von Waldi und Bier. Und wir können demnächst gerne kaufen. Und den Zwillingen sage ich euch demnächst noch mal hier drücken. Also wir können das loswerden. Wir können den Job erlernen. Oh man! Zurück zum Hauptquartier. Das Team zeigt keinerlei Müdigkeit. Jetzt haben wir 2 Stunden geschlafen, 3 Uhr 44, dachte sie, ich muss noch nicht schlafen. Dann kam das nächste, kam der Wald und sagte, los, wir fahren nicht mal los. Aber es ist jetzt so 20, wir brauchen 10 Minuten vorbei. Lasst uns gehen, also wir haben 10 Minuten in den ersten Oktober. Hier, das ist ein Schlaf. Hier ist unser Schlaf. Warte, bitte. Ja, das ist ein Schlaf. Schön, das ist ein Schlaf. Hier ist ein Schlaf. Das ist ein Schlaf. Das ist die Aufmerksamkeit. Auf die Sklade Shutsu Das war's für heute. So maybe they are moving in the normal direction. So if I hope to happen, I don't care about new fishing in between. So it's just a gentle agreement between two teams. Short legs go 20 meters. You will be two fishers out out. Okay, I hope you clearly understand this. I don't want to hear anything about that later on. So that was just a few adjustments that I wanted to tell you. We are really happy about how it goes so far. Because we managed to catch a lot of fish. And we managed to count them in the amount of time we estimate before. So that's good. That means that you take the good pictures. And it's quite easy for us to work it afterwards. So now we are going to give you the goal. And we are going to pair you. So really shout loud when you get your name. So you can meet your guys immediately. Okay? It's very important. Don't run and let one guy alone there. You can go fastball with two teams fishing. So, team number three goes with team number 24. Number three, 24. Okay? Off you can go. Don't forget. Eleven, fifteen, tomorrow. Not eleven. We gain fifteen minutes. For now. Six, with twenty-six. Okay? Off you go. Eleven, twenty-eight. are you open? Several, three, seven. Oh, ten. Cover-se, ten. Use a clean Josefaba. Can't do things in the way that got you marked b另oper. On the way to the set of them Jakarta. And then, once again, it's gonna go astillä, You can� 20 hour and a little by the På. Two, one, two, three, four. Off you go. Good 현 t dzн. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020